Hallo, ich bin Finanzfabio und wir reden über Geld und zwar heute mit dem Gabor Gospor. Hey Gabor, schön bist du mal in meinem Studio. Das erste Mal, als wir es geschafft haben. Gell, das stimmt. Ich bin noch nie in diesem Setting drin gewesen. Gratulieren, cool. Danke. Kann man übrigens mieten. Genau. Du hast ja eigentlich schon gemietet für dich und deine Brüder. Genau. Ich wollte sagen, du erlaubst mir, dass ich das jetzt mal mieten kann und bin dann gespannt. Das kommt ja aber erst. Aber es ist mal ein cooles Setting gesehen. Ich habe ja deine Kameras erst gerade schon gesehen, aber... Genau. Nein, ist gut. Ich bin beeindruckt. Wir müssen sagen oder eingestehen, oder ich muss eingestehen. Es ist eine sehr spontane Episode. Du bist gestern notfallmässig eingesprungen. Ich hatte eigentlich für heute einen anderen Gast reserviert, aber der hat glaube ich das Bein gebracht. So, wenn ich das rausgelesen habe aus dem Mail. Er ging joggen, hat mir geschrieben, du Sport ist Mord, er fällt aus für die nächsten drei Wochen. Und ich dachte, shit. Aber nicht verzagen Gabor-Fragen, oder? Gewiss, kann ich mich darauf verlassen. Und dann haben wir uns ja spontan überlegen, worüber reden wir heute überhaupt, oder? Genau. Nicht, dass das bei uns zwar je ein Problem gewesen wäre. Thema heute sind... Wir plaudern ein wenig aus dem Neck. Erstens von unseren Finanzplanungen, damit man auch sieht, wie cool ist der Job. Damit man auch sieht, wo können wir überhaupt helfen. Genau. Gibt es einen Finanzplanungsfall oder einen Pensionsplanungsfall, der dir besonders geblieben ist? Du... Das Schöne ist ja, dass ich jetzt mittlerweile so viel im Kopf habe. Und ja, es ist schwierig einen rauszupicken. Was mir so spontan durch den Kopf geht, ist eigentlich einer, wo ich... Ich habe eine Pensionsplanung gemacht, also bei der Beratung drin gewesen. Ich glaube, das war etwa ein zweites oder drittes Gespräch gewesen. Ist durch gewesen. Und dann wäre es eigentlich noch in eine gewisse Umsetzung gegangen. Dann hast du aber... Du weisst jetzt zweites oder drittes Gespräch... Weisst du es jetzt einfach so, wie du schaffst als Finanzplaner? Wie viele Gespräche machst du so mit den Kunden? Das hängt logischerweise von der Situation ab. Aber im Durchschnitt sind es mindestens zwei, eher drei Gespräche. Okay. Und die gehen durchaus... Also... Das erste Gespräch kann kürzer sein, weil es meistens um die Verifizierung der Zahlen geht. Weil ich ja relativ umfangreiche Daten habe. Und das zweite und drittes Gespräch geht vielfach mehr in die Tiefe. Was heisst umfangreiche Daten? Ja, die gesamte Auslegeordnung, die ich vom Kunden habe. Also sprich von der Steuererklärung, über Pensionskassenleistungsausweis, über dritte Säule, über Vermögenswert, über, wenn sie im Bereich Erbrecht schon Sachen gemacht haben oder nicht, Eigenheim, das Budget, das sie mir geben, etc. Vorsorgeauftrag. Zum Beispiel, wenn sie schon haben. Was die meisten eben noch nicht haben. Und das heisst ja, du musst zuerst eigentlich überhaupt die Auslegordnung machen. Zum Verstehen. Und es ist ja dann auch... Ich weiss, wie es dir geht, aber... Wenn du dann sagst, du brauchst das und das... Also ich sage jetzt zum Beispiel Lebensversicherungen. Ja. Und dann sage ich, ja, ich brauche die Polizei. Und dann kommt einfach die Prämienrechnung. Ja. Also dann merkst du dann, aha. Ja. Die Person weiss gar nicht genau, was ich eigentlich wirklich brauche. Respektive, finde ich es vielleicht auch nicht. Ja. Da schauen wir da so einen Hemmschuh. Da sagen sie, ja, wie ich die Unterlagen zusammenhabe. Und ich denke, es ist eigentlich nicht so kompliziert. Hey, mega krass. Ich habe gestern gerade zu zwei eben so... Bei mir beginnt es so mit einem Telefon-Termin. Ja. Oder 15 Minuten. Ja. Und in diesem Telefon-Termin geht es eigentlich nur darum, ob ich dem Kunden helfen kann und wie ich dem Kunden helfen kann. Und klammern, ob ich überhaupt Lust habe, dem Kunden zu helfen. Weil ich nehme auch nicht mehr jeden, oder? Weisst du, das muss einfach passen. Menschlich auch, oder? Und gestern habe ich wirklich gerade zu zwei am Telefon gehört. Und ich so, ja, schau mal, wie wir den Termin machen können. Kommt ein wenig darauf an, wie schnell sie die Unterlagen zusammen haben. Ja, was für Unterlagen das dann gebraucht hat. Eben Vorsorgeausweis, Steuererklärungen von den letzten zwei Jahren bei mir. Übersicht über die Ankunden. Wie viel Geld ist drauf? Cash, momentan liquid. Was haben wir noch? Dann haben wir Budget, wie du sagst. Genau. Einfach so all diese Sachen. Und dann wirklich beide gestern. Ja, die kann ich heute Abend noch schicken. Und dann denkst du, okay, weisst du, das sind so wieder die mega strukturierten Kunden, oder? Und dann hast du wirklich Kunden, die kommen als... Also, denen sagst du oben vorher ab, weil sie die Unterlagen einfach nicht gereicht haben. Genau. Also, krass. Aber weisst du, von wegen den strukturierten Kunden. Dann gibt es die, die sagst du, ja, eben das Budget sollte ich haben. Ja, sie. Ich habe hier eine Excel-Tabelle. Und der Kunde, also wirklich... Wo du quasi drei Stunden am Telefon bist, du sehr durch das Excel-Korrekten. Ja, weil es ist... So einen habe ich gerade im Online-Kurs. Ist wahr. Ja, der ist wirklich... Erstaunlich, der hat sich ein Excel selber zusammengebastelt, wie seine Pensionskassenleistung wird aussehen, gemäss seinem Vorsorgereglement. Okay. Und... Also, als Laie, das anders... Und ich habe dir angesprochen müssen, also Chapeau, also Respekt, dass man so mit Excel umgehen kann. Ja. Aber ja, du hast so zwei bis drei Gespräche in diesem Fall im Schnitt. Ja. Also, das ist durchaus der Fall, weil ich nehme mir bewusst auch Zeit für Kunden. Ich habe ja keine Vorgaben, ich bin ja da selber mein Chef und kann das entscheiden. Und ich glaube einfach, je nach Komplexität für die Thematik braucht es einfach auch, weil ich auch immer sage, ich sage es immer so, meistens nach einem ersten oder zweiten Gespräch, lieber Kunde, raucht ihnen den Kopf. Ja. Im Sinne von, du bringst schon mal alle Informationen und es ist ja für die meisten haben wir eigentlich ein Neuland, das mal in so einer Art und Weise zu erleben. Und dann sage ich immer, schauen Sie, und jetzt, der Rauch, der verzieht sich. Und die Fragen, die übrig bleiben, die sie... Weil wenn ich es vielleicht erzähle, ist es wirklich klar in dem Moment, oder? Und nachher denkt man plötzlich nach und sagt, ja was, wie hat er eigentlich das gemeint? Und die Fragen, die sind wichtig. Also es ist eigentlich nach dem Präsentationstermin? Ja, ja, also ich bin in der Beratung dann rein. Die Präsentation ist für mich, wie du jetzt auch, das kann ein Telefongespräch sein, das kann ein Teams-Call sein. Nein, das ist nicht die Präsentation, das ist für mich die Verifizierung. Okay, sorry. Aber dann schickt er ja die Unterlagen und ich mache es dann so, ich mache mich vorbereitet, ich mache so eine sogenannte EIST-Situation, wo ich aufziehe, der Finanzplanung. Und dort simuliere ich einfach, wie wäre es, wenn wir uns nie kennengelernt hätten, und er sich einfach mit 65, oder sie sich jetzt auch mit 65 würde pensionieren lassen, und die Rente nimmt. Richtig. Das ist so die EIST-Situation. Ja. Ohne die kleinste Optimierung von mir drin, auch mit den Angaben, die ich habe aufgrund von den Unterlagen. Und in diesem Gespräch ist bei mir so ein Wunschkonzert, sage ich dem immer. Er kann sich dann wünschen, hey, wie soll deine Pension überhaupt aussehen? Wann wolltest du pensioniert werden? Hast du dir schon Gedanken gemacht, Kapital, Rente, was machst du denn nach der Pension? Gehst du noch reisen, müssen wir dir noch einen Wohnwagen posten? All diese Geschichten. Das ist bei dir auch so, oder? Richtig. Ich nenne es Basisplanung und ich gehe die Daten eingeben, wie wenn es mich nicht würde, dass man mal sieht, was überhaupt passiert. Vielfach weiss ich vom Kunden schon mal grundsätzlich, was er sich so vorstellt, aber ich gehe das noch gar nicht im Detail anschauen, weil das ist das, was ich mit dem Zahlenverifizieren gesagt habe. Jetzt hast du viele Informationen, jetzt gibst du die Zahlen eigentlich ein und mir geht es darum, zu verifizieren mit dem Kunden innerhalb der Basisplanung, also der EIST-Situation, stimmen Zahlen. Also weisst du, das ist mal Punkt 1. Und eben, was bedeutet das überhaupt? Weil, wenn jetzt die Zahlen nicht stimmen und ich da schon irgendwelche Varianten gerechnet habe, dann kannst du es auch wieder rauchen. Absolut. Und das andere, was ich einfach auch noch wichtig finde als Finanzplaner, wie gesagt, der Kunde setzt sich, oder die Kunden setzen sich meistens das erste Mal so in der Tiefe mit dem Zeug auseinander. Und mit dem ersten Gespräch möchte ich eigentlich so eintauchen ins Thema. Also, dass sie, ähm, ja einmal ein Gespür bekommen und weil sie ja dann noch sich selber sehen, im Sinne von, das ist ja meine Ausgangslage, die kenne ich eigentlich irgendwo durch. Ja, also der Wiedererkennungseffekt an den eigenen Zahlen. Weil, schlussendlich ist ja unsere Aufgabe, ich sage immer dem Kunden, schauen Sie am Schluss, müssen Sie sich eigentlich entscheiden können. Ich muss ja die Entscheidung herführen, weil sonst sind Sie ja gleich weit wie vorher. Ja. Also, weisst du, von dem her, das ist für mich so der Ansatz. Und, ähm, ich habe jetzt gerade diese Woche ein Kundengespräch gehabt, also auch die erste Besprechung, nachdem ich zahlen konnte. Und das hat alles über Telefon und Mail stattgefunden. Und dann sagt mir er, am Schluss so, ähm, der Duzi sagt, also weisst du, die Termine, die ich bis jetzt sonst in diesem Bereich erlebt habe, hast du immer so das Gefühl, weisst du, wie so ein Autoverkäufer, das Gefühl hast, dann ist am Schluss, irgendwann hast du den Schlüssel in der Hand von dem Auto, wo es eigentlich gar nicht will. Ja. Und jetzt sind einfach zwei Stunden mega cooles Gespräch gewesen. Aber wir sind auch hin und her gekumpelt. Ja. Also weisst du. Aber das ist eben der Vorteil, wenn du, äh, unabhängiger Planer bist, wo du kein Finanzprodukt verkaufst, oder dann, du hast ja nicht mal etwas zum Verkaufen. Nein, es ist so. Also weisst du, wir, sage ich ja einmal, denke ich, es ist auch wichtig, dass ich das sage, wir können Sachen vermitteln, aber es steht völlig nicht im Vordergrund, sondern es ist wirklich, äh, da kommt mir jetzt gerade eine Kundin in den Sinn, ich habe einen Kunden, der mir gesagt hat, ähm, Herr Gaspar, ich möchte einfach, dass das sichergestellt ist, dass sie mir nichts verkaufen. Ich so, ja, das Thema. Also weisst du, ich kann ja das so sagen, nur wie wollte er sicher sein, wir haben das im Vertrag festgeschrieben. Und dann nach der ersten Session hat er so gesagt, ja, das ist definitiv so. Jetzt merke ich es, dass es wirklich so sei, dass ich das nicht mache. Ja. Und er kann sehr individuell eingehen und sagen, ja, wie ist es denn da, und so weiter. Und das macht Spass. Mir macht es selber Spass und ich glaube auch für die Kunden macht es einfach mehr Spass. Weil du hast den Druck nicht. Absolut, oder? Und du studierst gar nicht drauf. Du machst dann wirklich da, wo für den Kunden schlussendlich am besten ist, oder? Immer. Jetzt aber zurück zu deinem Spezialfall, sorry. Ich dachte, du hast... Ich habe nicht vergessen, dass wir eigentlich über die Anwendung reden, ja. Nein, also eben, ein Fall kommt mir in den Sinn, so im Speziellen, dass ich... Ich glaube, zweimal bin ich dort gewesen. Die sind sogar noch ein bisschen weiter weg von mir. Und ich habe die beraten, das ist ein Pärchen mit einer Tochter, glaube ich, ja. Und dann wollte ich nochmal einen Termin abmachen, um gewisse Details zu besprechen. Und dann sagte er, da bin ich ja auch ein Päduzis gewesen. Und dann sagte er, du, ähm, es hat sich ein bisschen etwas verändert. Und ich so, wie meinst du? Und dann dachte ich so, Beruf, oder? Irgendeine Jobkündigung oder so. Oder geerbt, oder? Genau, was auch immer. Ähm, ja. Ähm, meine Frau ist jetzt mit dem Nachbar zusammen. Und ich so, also, weisst du das? Weisst du das? Ja, ich bin jetzt ausgezogen von zu Hause. Ich so, ja, aber ich war doch vor zwei Monaten noch bei euch. Ja, alles gut gewesen, ja. Also du weisst so, alles Friede, Freude, Eierkuchen. Ja. Es sei nicht so. Und, also das gehört logischerweise die Gesamtsituation. Ja. Ähm, ich glaube, dort musst du ja das erste Mal selber finden. Und das sind dann so Momente, wo du zur Tat sitzt und denkst, wow, das Leben spielt. Ähm, oder ich habe Kunden, wo… Kannst eben nicht alles planen. Nein. Also alles als Finanzplaner nicht. Nein. Das ist ja auch ein Punkt, wo ich immer sage, das ist so schwierig. Also, gell, was heisst einen Plan erstellen für die nächsten 20, 30 Jahre? Also das ist mal grundsätzlich nicht realistisch, dass wir wissen, was in 30 Jahren ist. Ganz klar nicht. Absolut. Sondern ich sage immer, es geht ja eigentlich nur darum, Tendenzen zu erkennen. Und dort dahinter die Chancen und Risiken im Zusammenhang mit dem Kunden, also mit dem Kunden und seinen Bedürfnissen, ähm, zu evaluieren und herauszufinden, könnte das aufgehen oder nicht. Und das Entscheidende, und das ist das, was mir eigentlich am meisten Spass macht an meiner Arbeit, begleiten nachher. Also das ist jetzt der Ansatz, den wir haben, oder den ich habe, ich kann Kunden begleiten. Und das führt dann halt zu Situationen, dass ich dann mehrere Jahre die Kunden begleite. Und wenn ich einmal vorbeigehe, sitze ich dort und wir trinken einen Kaffee. Wir reden über Gott und die Welt. Und am Schluss heisst es dann, also, wieso genau, wenn ich per du bin oder per sie, wieso genau sind sie noch, was ist noch der Punkt? Ich sage, ja, noch wegen dem. Ah ja, muss ich unterschreiben? Warum bist du überhaupt da? Dann merkst du das Vertrauen, das hier ist. Und das finde ich so, ich bin jedes Mal wieder selber auch erstaunt. Weisst du, im positiven Sinn. Ja. Wie stark einem die Leute können vertrauen. Aber das ist mir eben auch darum so wichtig, das auch zurückzugeben. Ja. Weisst du das? Weil wir wissen ja alles. Ja, ja, definitiv. Ganz klar. Ich glaube, ich habe Kunden, die mir sagen, gerade heute ein Kunde hier bei mir im Büro, ich weiss jetzt Sachen über diese Person, die die engsten Familienmitglieder nicht wissen. Ja. Und das finde ich, das ist mir am Anfang gar nicht so bewusst gewesen, als ich so in das Thema kam. Weil das ist bei mir eigentlich relativ schnell klar gewesen, hey, als Finanzplaner, die müssen ja mal so richtig die Hose vor dir runterlassen. Mhm. Weisst du, nur Steuereklärung, du siehst ja schon viel, also weisst du, siehst ja Einkommen. Genau. Du siehst aber vor allem, wie viel ist von dem Einkommen an übrigens übrig geblieben, Was für ein Vermögen ist. Richtig, genau. Und wie viele Schulden sind wirklich da? Wie viele Schulden sind da, genau. Gut, die meisten Schulden, die du ja siehst, sind die Hypotheiken. Also in meinem Case sage ich jetzt nicht. Ja, ich habe durchaus auch mal solche, die private Darlehen haben, und zwar auch grössere, wo du denkst, Eigenheimfinanzierung, geht das auf und so. Ja. Nein, aber da siehst du eben den Lohn, haben sie es drei an, haben sie keines drei an, oder schon nur, haben sie es angelegt oder nicht. Weil ich lese aber schon viel aus dem aus, oder? Absolut. Was machen sie mit dem Geld überhaupt, und dann merkst du schon relativ schnell, wie sie in einem Mönch ticket, auch für die Beratung nachzunehmen, oder? Oder, weisst du, was ich auch so erstaunlich finde? Kunden, die, sie haben zwar zehn Kontos, aber alles bei der gleichen Bank. Oder? Und dann gibt es Kunden, die haben zehn Kontos, aber bei zehn verschiedenen Banken, und du merkst nur den Aufwand, den du mehr hast, weil du zehn Blätter in die Hand nehmen musst, um die Planung zu erstellen. Und das zieht sich dann irgendwie durch die ganze Planung, oder? Und du merkst es anhand der Unterlagen, wie ist der Kunde? Wie komplex ist er sozusagen, auch im Denken durchaus? Das auch, und einfach so, es ist alles verstreut. Er hat eigentlich keine Ordnung, weisst du? Und hat auch teilweise keine Übersicht. Ja, ich meine, ich bin entschuldigt als Finanzblogger, ich habe ja alle Konten müssen testen, oder? Wegen dem, was ich so will. Aber sonst, mich schien es bei jeder Steuererklärung an. Ich denke, jetzt muss ich, jetzt muss ich das verdammte U-App noch erfassen, weisst du, was ich zweimal gebraucht habe, um zu testen, und dann nie mehr. Also weisst du, das regt mich dann schon wieder auf bei der Steuererklärung, oder? Und ich denke, der Kunde macht das seit Jahren. Und das ist aber auch etwas, was ich den Kunden teilweise sage, also ich habe Kunden, die haben irgendwie 20 Kunden, wo ich dann sage, sie, ihren Treuhänder hat schon Freude. Weil man kann das alles verrechnen. Ja, ich habe schon mehr Stunden verrechnen, ja. Ah, aber es hat, es macht ja… Wir in einem Stundensatz, oder weisst du? Ja, aber es muss ja irgendwo im Verhältnis sein. Nein, der Punkt ist, das hat früher vielleicht auch Sinn gemacht. Du hast ein Steuerkonto gehabt, du hast ein Ferienkonto gehabt, und so weiter, weisst du, so eine kleine Struktur gehabt hast. Aber jetzt in den letzten Jahren hat sich das ja gar nicht gelohnt, rein zinstechnisch nicht. Bloß hast du noch Kosten gehabt. Also darum bin ich vielfach dran, jetzt zu konsolidieren. Gut, es gibt schon ein Argument für viele Banken, das ist ja, wenn du ein gewisses Vermögen hast. Klar, aber dann ist es etwas anderes. Wegen dem Einlegerschutz, oder? Genau, die 100'000. Einlegerschutz, die, die wir nicht kennen. In der Schweiz bist du eigentlich, sagen wir mal, wenn der Bankenkonskurs geht, versichert bis 100'000 Franken pro Kundenbeziehung. Genau. Nicht pro Konto, pro Kundenbeziehung. Das heisst, wenn du wirklich mal ein bisschen sicherstellen willst, also jetzt zum Beispiel die, die bei der Credit Suisse sind, oder wenn die ein bisschen Angst haben, ob die Bank Weihnachten noch überlebt oder nicht, dann nimm doch ein bisschen Geld und bring das noch jemand anderes ein. Weil gesichert wärst du eigentlich nur auf 100'000 Franken. Ich möchte gerade noch schnell, jetzt du hast vor der Steuererklärung gesagt, und ich habe einen anderen Fall, wo mir durch den Kopf geht, ich habe Kunden, die Planung gemacht haben, und dort habe ich jetzt zum Beispiel ihre Zahlen bekommen, habe ich eingegeben, und dann hatten die Sparquote von 60'000 Franken jedes Jahr. Und wenn du dann das Vermögen anschaust, sagst du so, kann nicht sein. Okay, vielleicht sind Kinder draußen, oder weisst du, es kann ja Change geben. Auf jeden Fall bin ich dann bei denen vorbei, haben mir das Ganze angeschaut, und habe gesagt, gemäss Ihren Angaben können wir auf 60'000 sparen. Ist ja schön. Es gibt mega schöne Zahlen. Nur, man bringt das überhaupt nichts, wenn es nicht der Realität entspricht. Und dann dachte ich, ja mole, sie haben irgendwie Schuss geschossen. Es tut mir leid, ich glaube es nicht. Und am Schluss haben wir uns dann, wo sind wir glaube, etwa bei 35'000 haben wir uns geeinigt, sage ich. Was aber immer noch viel ist. Was immer noch sehr anständig ist, aber ja, ist die Situation dort. Und jetzt gibt es jedes Jahr Kassensturz. Ja. Sie müssen sozusagen verifizieren, dass das ist. Weil ich, nochmal, es geht nicht um mich, es geht um Kunden. Klar, aber siehst du, wegen dem verlange ich zwei Steuernklärungen ein. Richtig. Weil der, der fairste Vergleich, wieviel euer Vermögen gewachsen ist, wieviel ihr gespart habt, ist wirklich, du schaust Steuernklärung 2020 an, was hast du für ein Vermögen gehabt. Und du schaust Steuernklärung 2021 an, was hast du jetzt für ein Vermögen. Und das ist aus, also das zeigt dir eigentlich, hast du gespart, oder nicht. Natürlich, es kann sein, dass die Aktien sich gut entwickelt haben, es kann sein, dass der Bitcoin abgestürzt ist. Genau. Alles möglich, aber es plausibilisiert dein Budget. Absolut. Oder ob du einfach so ein Gesieht gut aus Budget hast, oder eines, das wirklich mit der Realität verhäbt. Und da muss man sich einfach bewusst sein, wenn man auf der Honorarberatung unterwegs ist, dann kannst du eben in diese Tiefe gehen. Ja. Und wirklich auch sagen, stimmt das so? Oder tu ich es hinterfragen, und zwar aus Sicht vom Kunden, und nicht aus Sicht von mir. Und das ist wirklich auch so. Also wir haben auch, ich habe vielfach zwei Steuereklärungen, und ich schaue das an, wie sich das entwickelt hat. Und wenn du es dann mit dem Kunden anschauen, und ich weiss nicht, wie es dir geht, aber dann habe ich auch mal Situationen, jetzt auch gerade wieder, Kunden, die dann sagen, du, oder sie, Herr Gaspar, mir ist noch ein Single-Kender und 50'000 auf mir kommt. Ja. Weisst du, du sitzt da und denkst, 50'000, das ist ja nicht nichts. Ja. Äh, das habe ich vergessen. Ja, das passiert. Passiert, oder? Und den anderen dann sagen, 50'000. Ja. Und das finde ich aber so, und das ist nicht arrogant, sondern es ist auch wirklich schlecht vergessen. Ja, aber ich habe das Gefühl, ähm, das kommt ein wenig mit dem Alter. Ja. Ist so. Also weisst du, wenn du irgendwie so ein wenig ankam bist im Leben, sagst du jetzt mal, auch beruflich, und eben die Kids draussen sind, dann geht es dann plötzlich wieder schnell. Übrigens, warum, wenn die Kids draussen sind? Ich meine, früher hast du so mit 20'000, 25'000 Kinder bekommen, oder? Du rechnest mal 20'000, 25'000 Jahre drauf, aber so mit 50'000 sind die draussen gewesen. Mhm. Mit 50'000 ist definitiv der bessere Lohn als mit 20'000, oder? Richtig. Plötzlich kein Kind mehr, du musst aufkommen, und dann hast du wie eine Sparquote. Und zwar noch recht, je nachdem. Eben, was ich verraten habe. Ja, eben. Huren Kinder sind einfach teuer, oder? Aber, und dann geht das so schnell, wie das wächst, und dann kann es dann wirklich mal sein, dass die 50'000 vergisslich ausblenden ist, wenn es auf einem anderen Konto ist, oder? Und gleichzeitig ist es aber auch genau das, was du eigentlich ansprichst, ist auch darum der Punkt, dass ich sage, so ab 50'000 ist später, und es macht Sinn, sich das Ganze mal anzuschauen, weil jetzt kommst du eigentlich in einer Situation, dass du eigentlich gescheit Geld auf die Seite tun könntest. Also eigentlich wirklich, äh, den Moment, wo du das grösste Momentum hast finanziell, dass du so steuern kannst, dass du hinten raus davon profitieren kannst. Und darum finde ich so, als ich angefangen habe mit Pensionsplanungen, ähm, das ist jetzt, ich mache es jetzt seit 17, 18 Jahren, mache ich wirklich Pensionsplanungen, und dort hat es immer geheiß, wenn ich so mit einem 60-Jähriger geredet habe, ja, Herr Gasper, ich habe noch Zeit. Und dann dachte ich, ja, mit 60? Mit 60, oder? Und heute ist es wirklich so, dass ich teilweise 45, 50 Jahre geworden bin, und zu mir kommen und sagen, gellst du, ich bin Sport. Also, weisst du, vornehmig. Ich glaube, da bin ich und meine Blogger-Kollegen schuld. Ja, wir sind nicht alle auf dem Pensionsplanungsbereich, aber die Affinität. Aber ich glaube schon, die Affinität ist extrem gestiegen. Also, ich denke auch bei den jüngeren Leuten. Nein, also nein, das war witzig, dass wir Blogger schuld sind, aber ich glaube, das ist schon auch die ganze Finanzindustrie, die den Druck macht, ähm, durch Werbung, durch... Genau. Du wirst immer mehr darauf angesprochen. Du meinst schon nur das Beispiel, C'est La 3a. Mhm. Meine Eltern haben C'est La 3a mit 45 gemacht, weil es, ähm, ich glaube, ein Berater hat es einfach mal angesprochen, sie hätten noch keinen, oder? Das war quasi Neulang. Ich habe meine C'est La 3a, ähm, die erste mit 23 gemacht, oder? Und heute, ähm, gerade gestern im Online-Kurs, hat jemand die Frage gestellt, wann sollte man mit C'est La 3a anfangen? Für mich grundsätzlich die falsche Frage, es geht nicht um das Alte, sondern was hast du für ein Einkommen? Ja. Also was ist, was ist möglich? Wenn du mit 18 in der Lehre bist, dann lohnt sich C'est La 3a nicht, in meinen Augen, oder? Wieso lohnt sie sich nicht? Ja, das ist einfach kein Steuerspareffekt, oder? Wo sich, wo sich lohnt, oder? Richtig, ja. Und, dort habe ich so gedacht, das ist so spannend, der hat schon Angst, dass seine 19-jährige Tochter zu spät dran ist, mit C'est La 3a, oder? Und, der fasst das anfangen zu diskutieren, und dann merkst du einfach, was sich da für ein mega, ähm, Shift gegeben hat, in der ganzen, in der ganzen Diskussion, oder? Dass die Leute früher affin darauf werden, also, Medienbranche, vielleicht auch Bloggers, haben wirklich dazu beigetragen, dass sich viel früher um deine Finanzen gekümmert ist, was ja auch mega gut ist. Ähm. Aber, wir zwei sind auch in einer Bubble. Das ist immer Gefahr. Ja. Das ist immer Gefahr. Ähm, gerade auch, wenn ich jetzt so an, an LinkedIn denke, an LinkedIn, dort hast du immer das Gefühl, ja, das befassen sich ja alle irgendwo mit dem Thema, aber das ist einfach nicht falsch. Nein, dort gibt einfach keiner zu, dass er sich nicht damit befasst hat, das wäre ja peinlich auf LinkedIn. Hör auf! Ja, genau. Und der andere Punkt ist, wenn mir das, was mir eigentlich durch den Kopf geht, dritte Säule, ja, ja, da setzt sich dort viel, viel stärker mit auseinander, wo ich nach wie vor grosses Manko sehe, äh, wo man aber auch, äh, nicht direkt, aber durchaus auch sich gerade Gedanken machen, nicht beeinflussen kann, meine ich, ist der Bereich zweite Säule, also Pensionskasse. weisst du, nur schon zu verstehen, was man für Leistungen hat, ist für viele, ja, kein Plan. Das ist ja, ein Modul von meinem Online-Kurs ist ein Vorsorgeausweis lesen und verstehen, oder? Und, ich habe ja wirklich alles im Kurs, weisst du, von 18 bis 63, männlich, weiblich, gutverdienend, knappverdienend, weisst du, so, der Vorsorgeausweis, der ist einfach immer noch ein, hey, kannst du mir schnell eine Einschätzung geben? Gerne. Ist es da gut, oder ist es da schlecht, wir wollen es da vergleichen, kannst du es ja eigentlich nur mit dem BVG vergleichen, oder? Und, mega spannend, dort scheitern schon die Ersten, oder? Und, den Ausweis bekommt ihr am Ende Januar, in der Regel, schaut den mal an, und wenn ihr den nicht versteht, meldet euch bei uns, oder wir helfen gerne, das erklären, oder? Und, wir haben sicher genug Content auch schon dazu gemacht, Ja, und gleich ist, also ich habe gerade heute Morgen noch einen bekommen, die haben jetzt einen Wechsel gemacht, von einer Gesellschaft, also, Pensionskasse zu einer anderen, äh, die Kundin schickt mir, die Kundin schickt mir, dann schaue ich sie, weisst du, so im ersten Moment, und dachte, wow, die Altersleistungen sehen aber irgendwie irgendwie etwas tief aus, verglichen mit dem vorherigen, dann habe ich gesehen, aha, sind zum Beispiel noch, Freizügigkeitsgelder sind noch gar nicht transferiert, oder? Dann habe ich mich darauf fokussiert, ok, was sind Spararbeitere, also, versicherten Lohn, Sparbeiträge, die Invaliditätsleistungen und so weiter, dann müssen sie sagen, ok, ist in etwa wieder gleich, aber, der Unterschied besteht, sie kommen von einer Vollversicherung, in einer sogenannten teilautonomischen Stiftung, und das siehst, Moment, jetzt rührst du mit Fremdwörtern, du weisst, was der Blut, bitte Vollversicherung erklären, von einer Pensionskasse. Vollversicherung ist eigentlich, ähm, wenn man, der Feldgesellschaft, also der Pensionskasse, so zu sagen, sie gibt einem die Garantie, dass sie nie in eine Unterdeckung kommen, das heisst, du kannst jederzeit, als Unternehmen aus dieser Pensionskasse, dich verabschieden, zueinander gehen, und kannst, die vollen Freizeugigkeiten mitnehmen. Da erklärst du uns noch Unterdeckung, bitte. Ah, auf was habe ich mich da wieder einlassen, aber ist ja gut. Soll ich Unterdeckung übernehmen? Kannst du, wenn du willst, also. Also, die Pensionskasse hat einen sogenannten Deckungsgrad, und, stellt euch vor, wir alle zusammen, sind bei der gleichen Pensionskasse, wir alle zusammen, wir sind zehn Leute, wir alle haben 100'000 Franken bei dieser Pensionskasse, wir gehen alle an Schalter von dieser Pensionskasse und sagen alle, wir hätten gerne unsere 100'000 Franken zurück. Die Pensionskasse macht den Tresor auf, zahlt uns allen die 100'000 Franken, und am Schluss, im Tresor ist genau null. Sie geben uns das Geld, wir gehen, Deckungsgrad 100%, erfüllt, alles bezahlt, keine Unterdeckung. Bei einer, du kannst auch einen Deckungsgrad haben von 110%, zum Beispiel, wieder, wir sind zehn Leute, wir gehen zu der Pensionskasse, wir wollen alle unsere 100'000 Franken, sie gibt uns die 100'000 Franken, aber sie hat immer noch Geld in diesem Tresor, weil die Pensionskasse mehr Geld auf der Seite hat, als sie uns eigentlich schuldet. Das ist eigentlich die Ausgangslage, die wir gerne hätten. Wir wollen nicht 100%, wir wollen so, ich sage jetzt mal, 104% aufwärts, wäre gut. Genau. Aufwärts. bei einer Unterdeckung ist aber der Fall so, dass wir zu 10. hoch gehen, alle wollen ihre 100'000 Franken, und die Pensionskasse hat einen Deckungsgrad von 90%, also eine Unterdeckung von 10%. Man sagt, du, es tut uns leid, aber wir können allen nur 90'000 Franken geben. und dann wären wir natürlich ein wenig hässig, oder? Ähm, aber, wir gehen mit 90'000 Franken aus dem Laden wieder raus, und der Rest ist nicht vorhanden. Und jetzt muss man noch eines sagen, letzte Mal haben wir so ein schlechtes Börsenjahr gehabt, wie viele Pensionskassen sind momentan in der Unterdeckung? Es sind wieder einige darunter gerutscht, aber... Ich meine, fast 40% der Pekassi sind in einer Unterdeckung. Ich habe gemeint, ich habe es gelesen, es ist kein Grund zur Panik, wenn es wirklich schlimm wäre, würde er jetzt nicht informiert werden. Genau. Also, er müsste Geld nachschiessen. Also, die Situation hat es damals Finanzkrisen und so weiter gegeben. Das, was du jetzt gesagt hast, vorher sagt man dann fachtechnisch eine Teillikvidation, also, wenn man die Gelder rausnimmt. Ja, und da ist es einfach so, dass mit einer Vollversicherung passiert das eben genau nicht. Da hast du immer zu jeder Zeit die 100%, wenn du würdest gehen als Firma. Also, das ist eigentlich der Vorteil einer Vollversicherung. Der Nachteil ist eigentlich, die Garantie kostet. Ja. Weniger Rendite. Et voilà. Und zwar massiv weniger Rendite. Weniger Verzinsung. Richtig. Und wenn man das dann in einem langfristigen Vergleich anschaut, ich habe gerade letztens einen Kunden, das ein Unternehmen hat, das bei einer Vollversicherung ist. Es sind noch jüngere Leute dort, und da haben sie gesagt, wieso sind wir bei einer Vollversicherung? Sind wir bei einer Vollversicherung? Keine Ahnung. Da sieht man es wieder mal. No risk, no fun. Ja. Jetzt kannst du Fun ersetzen mit einer Rendite, oder? Wenn du kein Risiko eingehst, wirst du auch keine Rendite haben. Und darum, dort kommt jetzt der andere Teil, das wir auch noch gesagt haben, die sogenannten teilautonomen Stiftungen, die sind eben im Gegensatz zu den Vollversicherungen, müssen diese den Deckungsgrad nicht garantieren, sondern er ist marktabhängig. Und das heisst, der schwankt. Das, was du jetzt vorher angesprochen hast, also der kann, also, Anfangs letztes Jahr ist der teilweise bei 116% oder so gewesen. Ja. Sehr, sehr gut gewesen. Nach einem guten Börsenjahr vorher. Ähm. haben aber auch eine andere Rendite. Aber letztes Jahr haben wir ja gesehen, wie die Verzinsungen gewesen sind vom 21. Ja. Also ich weiss noch, als wir unsere erste Finanzfreunde-Tolk hatten, ist das gerade so ein bisschen publik geworden. Das Thema, genau. Ähm. Ja, das war das Thema dort. Genau. Und da hat es ja massive Unterschiede gegeben, oder? Und ich war ja bei den Profond gewesen und wir sind mit 8% verzinst worden, was ja wirklich sensationell ist für Pensionskassen, oder? Die UBS war ein bisschen besser für Ihre... 9,5. Für Ihre Mitarbeiter aber, oder? Ja, im 20. 21, ja. Und ich habe mich so endlos darüber aufgefragt, weil auf LinkedIn der eine oder andere von einer Versicherungsgesellschaft geschrieben hat, wir haben grosszügig unser PK-Geld mit 2 oder 2,5% verzinst, 1% müssen sie auf dem BVG, oder? Und sie haben jetzt aber 2,2,5% aufs Ganze. Und ich dachte, ja, aber andere machen 8%. Weisst du, das ist wieder die Scheinwelt, die Scheinwelt, die wir haben auf Social Media, wie LinkedIn von dieser Bubble. Ja, aber eben die Teil-Auto-Nummer, die haben ja die Chance. Dann kannst du, und die geben auch durchaus einen grösseren Teil an der Rendite weiter, was die Vollversicherung eben nicht macht. Logisch, es gibt immer theoretische Argumente, wieso du jetzt in eine Vollversicherung gehen kannst. Die werden aber immer geringer aus meiner Wahrnehmung heraus. Und ich glaube auch da wieder, das ist halt logisch, als Angestellter kannst du nichts beenden. Wenn du gerade in einer grossen Firma bist, kannst du nicht sagen, ich möchte jetzt, dass wir zu den Profond gehen. Ja. Aber gerade wenn ich Unternehmer berate, mit ihnen arbeiten. Gut, das ist auch nicht. Weisst du, das ist eine Frage, wo ich etwa die habe, hey, eben vor allem im Online-Kurs, ich habe jetzt gesehen, mein Vorsorgeausweis ist nicht zur Skala vom Ei. Ja. Was mache ich jetzt? Ja. Und ich habe gesagt, du, red mal mit deinem Chef, weil die Chance ist relativ hoch, dass der genau im gleichen Boot ist wie du und der hat das einfach noch nicht gemerkt. Also Chef, Abteilungsleiter, direkte Vorsitzende, whatever. Und der redet vielleicht mit seinem Chef und dann plötzlich bringst du vielleicht einen Ball in die Rolle, wo man das Thema angeht. Und wenn du denen schon konkret sagen kannst, was könnte man denn überhaupt verbessern? Sei es 2% mehr Sparbeiträge, sei es Koordinationsabzug am Pensum anpassen oder ganz weg lassen. Ja. Oder zum Beispiel zu einer Pensionskasse gehen, die günstige Risikoprämien hat. Ja. All diese Sachen, die du verbessern kannst, wenn du so zwei, drei Hinweise gibst, was du konkret machen kannst, dann wird es ja auch ein konkreterer Case. Oh, du kommst denn daraus? Du kommst denn daraus? Wo weisst du denn daraus? Ja, ich habe online Kurs gemacht vom Finanzquo, biologisch oder? Nein, aber weisst du es? Ich habe ja sogar die Situation schon gehabt, dass ich einem Kunden erklären musste, wo ein sehr gutes Einkommen hat, dass er eigentlich nach BVG versichert ist. Das heisst, er hat nur die gesetzliche Leistung. Genau. Und er ist dann echt verschrocken, als er gehört hat, was er eigentlich dann für Leistungen so in 10, 15 Jahren zu gut hätte, aus heutiger Sicht. Das ist ja noch aus heutiger Sicht. Und dann habe ich ihm gesagt, weil er im Management drin war, er sagte, du, ich glaube, du müsstest einmal reden. Und dann hat er so gesagt, du, keine Ahnung, wie, wo, kannst du nicht? Ja. Und dann bin ich dann mitgegangen und das so zu sagen, seinem Chef, dem Inhaber, das einmal aufzeigen. Und wir haben dort die Verbesserung erreicht, dank dem Input. Also ja, es gibt, mindestens der Versuch ist es wert, das zu machen, weil schlussendlich ist die Pensionskasse, man könnte es nicht mehr wie wiederholen, in vielen von meinen Planungen, ist das ein sehr grosser Vermögenswert. Und das ist eben auch noch ein Punkt, wo ich finde, der ist ja zum Beispiel auf der Steuererklärung nicht drauf. Ja. Und der geht durch das eben so völlig vergessen. Dann kommen jetzt da so einen Zettel rüber, sagt es mal so, Anfangsjahr. Da stehen irgendwelche Zahlen drauf, keine Ahnung, was ich jetzt da rauslesen muss. Aber dort drin ist so viel Geld und wenn du das in einer Finanzplanung, und wir rechnen es ja drin ein, und du aufzeigst, mal so eine Bilanz machst mit Vorsorgegeldern, dann ist der plötzlich, wenn er noch eine Liegenschaft hat, Millionär. Ja. Aber er hat das noch nie übergriffen. Ich bring da immer wieder gerne die 50er-Regeln, oder? 50% der Leute in der Schweiz ab 50 haben 50% von ihrem Vermögen in der Pensionskasse, können aber eben den scheiss Vorsorgeausweis nicht lesen. Das ist eigentlich wirklich eine Katastrophe. Ist tragisch, wenn du denkst, die Abhängigkeit aus dem aus dem heraus nachher nicht eine Pension. Ja. Ist gross. Vielleicht zum Beispiel eine Orientierung mit auf den Weg geben, wie viel solltest du bei den PK drin haben. Ich sage immer, wenn du mehr als fünfmal dein Bruttojahreslohn drin hast, dann sieht es alle nicht so schlecht aus. Weisst du? Ja. Aber das ist so, das solltest du haben. Mehr ist immer besser, logischerweise, oder? Aber weniger, das wird dann eng, oder? Was kommt da noch dazu? Der AFL? Und that's it. Genau. Das ist dann das Einkommen für den Rest deines Lebens. Ja. Mit diesem zu viele drei Jahre. Unbedingt. Aber zu viele drei Jahre ist nicht das alleinige Wundermittel. Nein. Also mit dem allein kannst du vieles machen. Du kannst dir vielleicht gewisse Wünsche auch erfüllen, aber von dem allein dann leben können, das ist schlichtweg. Aus meiner Sicht nicht möglich. Vor allem, wenn du nochmals gesagt hast, es ist einfach so, wenn wir heute einen Pensions- krassen Leistungsausweis sehen. Als der, wie ich das alles heute angeschaut habe, oder wir haben einen Verwendungssatz von 6,8% im Obligatorium, d.h. das Geld, das dort drin ist, Was ist ein Verwendungssatz? Das habe ich jetzt gerade erklären wollen. Das Geld, das drin ist, also das Beispiel 100'000 drinnen wird mit 6,8% pro Jahr verrentet. Also du bekommst 6'800 Franken solange du lebst. Pro Jahr. Pro Jahr ausgezahlt. Und dann hast du die überobligatorischen Leistungen in diesem PK-Ausweis, also das was über dem Gesetz ist, sind bei 5,2% gewesen. Ja. Was immer noch attraktiv ist in der heutigen Zeit. Was wäre für dich ein fairer Umwandlungssatz oder ein realistischer? Ich sage es anders. Ich werde im 2041, wenn ich es jetzt recht im Kopf habe, 65. Ja. Du bist eben schon auch ein Senior. Danke Fabio. Aber du weisst ja, mit mir kannst du über das reden, da habe ich kein Problem. Nein, ich sage immer, wenn ich dann noch 4% bekomme, Umwandlungssatz. Okay. Ich gehe von dem aus und da sind wir heute noch nicht dort. Genau 4% ist für mich die unterste Grenze, wo ich das Gefühl habe, ist realistisch. Und da müssen sie uns geben, darunter darf es gar nicht fallen. Weil, ich wende die 4%-Regel an. Die 4%-Regel sagt eigentlich, wenn du jetzt dein Geld in der Börse investiert hast, sagen wir eine Million, und du am 1. Januar 40'000 Franken rausnimmst, also 4%, solltest du am Ende des Jahres wieder die ganze Million drin haben. also dein Vermögen kann eigentlich gar nicht abnehmen. Und wenn sie uns anfangen, weniger als 4% geben, dann gibt es also wirklich keinen Grund mehr. In meinen Augen, für die Renten. Ja. 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 Also dann bist du eigentlich immer im Kapital. Also eben, das ist einfach so, das ist ja der Punkt, den ich vorhin auch gesagt habe, wenn du es dir anschaust, ähm, die Kunden verstehen ja dort auch wieder nicht, wenn sie dann die Zahlen anschauen. Und jetzt steht, das ist ja ein anderer Witz, den ich so finde, ähm, jeder PK-Ausweis sieht wieder anders aus. Also das ist, wenn du nur schon wechselst, hast du schon kein Verständnis mehr, was jetzt könnte Unterschiede sein. Ja. Weil der eine sagt, gibt dir einen sogenannten umhüllenden Zins an, das heisst, du hast nicht die Unterscheidung zwischen obligatorisch und überobligatorisch ansichtlich, und, und, und. Und das führt einfach zu, zu Fragestellungen respektive. Vermutlich, das ist, würde es mir auch so gehen, wenn ich mich im Thema nicht auskönne, und denkst, schaust du es zusammen, dann stehe es eh nicht und lege es auf die Seite. Ja, absolut. Also weisst du, das ist ja eine menschliche Situation, oder? Ja, und was eigentlich auch krass ist, ähm, ich wollte gerade die Finanzplanung von meinen Eltern machen, ähm, mit dem Vater darüber gesprochen, weisst du, mit den Eltern die Finanzplanung machen, ist immer ein bisschen schwierig, weisst du. Es sind nicht die einfachsten Kunden, oder? Ja. Ähm. Darfst du dir fragen, wer ist der einfacher von diesen zwei? Würdest du das sagen? Schlussendlich, der Vater. Okay. Weil, ähm, er weisst einfach, dass sie das, was ich mache, verdammt gut machen, und er hört auch den Podcast an. Also er ist schon ein bisschen vorgeschult, weisst du. Okay. Und bei der Mütter ist es ein bisschen Adam und Iva gewesen, oder plötzlich kommst du mit der bösen Börse hinterführen und zu Spessen. Uh, jetzt der Aufpass. Achtung. Aber, was er mir eben immer gesagt hat, ist, weisst du, es ist so krass, er regt ihn aus, wie es immer angeschaut hat, nicht verstanden, aber was er verstanden hat, ist, sein Alterskapital ist immer kleiner geworden. Ja. Nicht, weil er schlechter verdient hat. Wegen der Verzinsung, oder? Und einfach da, ich meine, früher hast du in der Pensionskasse einen Zins von 4%. Du hast den sogenannten dritten Beitragszahler gewesen, jetzt musst du dir den einfach mal geben. Sagen wir, du hast 300'000 Franken in der Pensionskasse, was ja nicht viel ist. Mhm. Aber bei 4% ist ja da ein Zins von 12'000 Franken pro Jahr. Neben den Beiträgen. Ja, aber das ist quasi ein Tausiger mehr Lohn jeden Monat, oder? Ja. Und jetzt, wo wir bei 1% sind auf dem Obligatorium, wäre ja das 3'000 Franken, aber die Realität ist, die 300'000 Franken sind meistens nicht nur Obligatorium, sondern auch noch Überobligatorium. Also das heisst, wenn du jedes Jahr 9'000 Franken weniger drin hast, ja das vermied sich dann, dann wären wir wieder beim Zins als Zins, oder? Genau. Dann wird die ganze Geschichte noch schlimmer. Und das finde ich eben auch krass, weisst, wenn du das erst später merkst, und auf die andere Seite muss ich sagen, da werden wir Jungen völlig beschissen. Ich habe noch nie einen PK-Ausweis gehabt, den ich einfach von Grund auf 4% bekommen. Und das zeigt ein wenig das Problem auf, das wir in der Pensionskasse haben, die, wenn wir die AVA anschauen, sind wir im Umlagenverfahren. Genau. Also, was du und ich heute einzahlen, kann unsere Grossmutter morgen ausgeben, im Coop. Genau. Das ist einfach rein und raus. Genau. Die Pensionskasse ist ja die Idee, Kapitaldeckungsverfahren, jeder spart für sich selber mit seinem Chef zusammen. Genau. Und, jetzt findet aber eine Umverteilung statt, wo du gar nicht merkst, weil es ist nicht, dass du weniger Geld auf dem Konto hättest, wie letztes Jahr. Aber, weil sie so viele Verpflichtungen haben, an Renten, die sie zahlen müssen. Die mit diesen 4% von Zinsen waren. Genau. Und der Umwandlungssatz höher noch, 7,2%. Und zum Spass, oder? Heisst das ja, gut, wir können das Geld nicht vom Konto nehmen, aber wir können weniger Geld auf das Konto tun, im Sinn von Renditen, von Zinsen, oder? Und das ist eine schleichende Umverteilung, die seit Jahren schon stattfindet und die wird auch nicht besser. Weisst, der Punkt ist auch dort noch, ich habe das vorher angestellt, PKs, die haben so unterschiedliche Leistungsblätter. Jetzt haben wir es 2021 gehabt, also ich habe jetzt, wir haben zwei PKs, die wir angeschlossen sind. Und der eine davon ist auch die Profond und die andere ist eine andere. und die hat, ähm, 4% ausgewiesen. Aber die 4%, die musst du suchen, um sie zu sehen. Weisst du weisst, jetzt hättest du mal so eine, coole Verzinsung, aber es wird, also, ich würde behaupten, 90% haben es gar nicht gesehen. Ja. Und weisst du, die lesen ja den Brief nicht, der vielleicht noch dabei liegt, weil, ist ja eh noch irgendwie komisches Zeug. Und das ist effektiv so, weil ich weiss noch, und ich angefangen habe, wenn die PK ausweisen angeschaut hast damals, da ist jeder Millionär gewesen, in der PK in, mit einem gewissen Lohn. Ja. Und heute, bist du weit, weit, von dem weg gekommen. Also, ich habe jetzt einen Kunden aktuell, oder einen Kunden, der hat jetzt über, fast 2 Millionen drinnen. und, und der hat, der schafft jetzt, das kann ich da so sagen, der, der ist bei der UBS und die hat ja auch letztes Jahr eine gute Verzinsung gemacht. Ja. Mega speziell, wie die das gemacht haben. Ja. Ja. Richtig. Und, was ist es jetzt gewesen, 6, 7%, ich weiss jetzt gar nicht mehr, was sie zugewiesen haben. Also einfach, die Verzinsung ist mindestens 6%. Einfach ein Arschvolles Geld. Und das heisst, bei dem Kunden jetzt einfach, du musst die ganze Planung nochmal machen. er hat so angerufen, Herr Gaspar, jetzt stimmen meine Zahlen schon wieder nicht mehr. Ich habe wieder 100.000 mehr. Ja. Und das ist nicht, weil er 100.000 eingekauft hat, sondern 100.000 über den Zins. Ja. Und dann hast du gesagt, kein Problem, das nehmen wir einfach als Kapital bezogen, dann muss ich die Planung nicht neu machen. Das ist wieder gleich weit. Nicht, dass ich noch in Stress herkomme. Genau. Das ist ja unglaublich. Aber, wir haben ja ein super Tool, die wir verwendeten, die das relativ gut abbilden von der Brain Group. Nein, es ist, und das ist übrigens auch etwas, was ich jetzt, je länger, je mehr merke. Ähm, du hast mich einfach so gefragt, wegen den Kunden und den Erlebnissen, weil ich, früher haben wir, haben wir eigentlich nicht gross darüber gesprochen, aber, ja, genau. früher habe ich ja immer alles auf dem Papier gemacht, und, jetzt meine, jetzt hast du eine tote Materie, per se, für die Leute, und jetzt kommst du noch mit Blättern, wo ja an sich auch nicht wirklich viel darauf passiert, sondern du schaust irgendwelche Zahlen an, oder irgendeine Grafiken, oder? Und jetzt mit dem, so wie ich heute schaffe, digital, also ich bin vor Ort mit dem Kunden, aber ich habe es auf dem Tablet, oder am Bildschirm, und kann ihm die Zahlen zeigen, und kann nachher auch simulieren, wie sich es verändert, und er sieht das live, merke ich, dass die Kunden anfangen zu verstehen, aha, wenn ich das mache, wenn du mit ihnen etwas aufzeichnest, auf Papier, sind sie ja mehr dabei, oder, und wenn du digital natürlich, wenn er gerade sagt, und das ist halt wirklich geil, beim Omnium von der Brain Group, ja, wie ist es denn, wenn ich halb, halb mache, und du einfach nur den Regeln schieben, aber nur nach dem Tag, das macht natürlich schon extrem viel. und das ist einfach das, was ich glaube wichtig ist, ähm, dass mir, das Erlebnis ist falsch, aber dass man, dass man einfach irgendwo versucht, das zu visualisieren, dass es für, für die, die sich nicht jeden Tag damit auseinandersetzen, begreifbar wird, oder? Aber, weisst du, ich möchte jetzt auch nicht, dass die Leute eine Ausrede haben, und sagen, du meine Pico ist scheisse, ich kann ja nichts dafür, weisst du? Es zeigt eigentlich, umso wichtiger ist, dass du die Selbstverantwortung übernimmst, und das selber angehst, oder? Merkst du auch bei Kunden, die sich wirklich um ihre Finanzen gekümmert haben, dass sie einfach wirklich effektiv besser da stehen? Ich schmunzle, weil ich gerade heute Morgen, eine Dame bei mir in der Beratung hatte, die nicht weiss Gott, was für einen Lohn gehabt hat. Ja. Aber die hat genug Geld auf der Seite. Ja. Und sie hat einfach gespart. Also weisst du, sie hat sich das, sie hat gespart, im Sinn von Schimpfurt sparen, oder sie hat investiert? Nein, sie hat tatsächlich investiert. Ja, eben. Und dann sage ich ihr, und das finde ich auch noch wichtig, sage ich ihr, schau, es ist ja nicht, weil du mich jetzt kennengelernt hast, ist jetzt alles gut, sondern weil du schon seit Jahren dran bist, kann ich davon profitieren, im Sinn von, dass ich dir aufzeigen kann, was du jetzt für Möglichkeiten hast. Und dann sind wir wieder beim Zinseszins. Und da macht es halt eben gleich Sinn, dass du möglichst früh anfährst. Es muss nicht die Säule 3a sein. Nein. Aber Hauptsache fangen wir mit an. Aber irgendwo fährst du an. Ich muss zwar auch immer sagen, weisst du, wenn ich so einmal lese, weisst du, ab 25 oder Euro im Monat kannst du investieren, ja, da wird dein Problem nicht lösen. Das ist sicher besser als nichts, aber es wird dein Problem effektiv nicht lösen. Nein, logisch. Du musst schon gewollt sein, etwas zu investieren, respektive auch auf etwas zu verzichten. Danke. Dass etwas zusammenkommt. Aber nachdem siehst du es und du siehst den Effekt daraus heraus, und das ist halt einfach wirklich krass, was da passiert. Ich meine, ich sehe es bei mir, 3000 Std. im Monat in einem ETF. Ja. Am Anfang ist es einfach so, passiert quasi nichts. Ja. Aber nach ein paar Jahren ist es wie eine Lawine, die du auslösest, weisst du, die einfach kommt, kommt, kommt. Ja. Das ist das, was ich vorher gesagt habe, jetzt bei dem mit der PK, wenn du knapp 2 Millionen drin hast und jetzt hast du mal eine Verzinsung von 6 Prozent oder eine Rendite von 6 Prozent. Ciao, tschüss. Weisst du, du schaust die Zahlen an, ich habe Kunden, die Depots senden so 500.000 und dann gibt es mal gute Börsenjahre, ich sage jetzt einfach mal 10 Prozent. Ja. Das heisst, in Franken 50.000 Franken mehr, was ich dann aber noch spannend finde, dann habe ich Gespräche mit den Kunden, dann schauen sie mich selbst und sagen, ja, ist das denn mein Geld? Und dann weisst du, dann denkst du zuerst, Pensionsklasse ist immer auch ein Geld. Nein, nein, das sind jetzt frei im Vermögen. Also weisst du, investiert. Dann nachher merke ich so, nein, das ist wirklich das Verständnis oder respektive, es ist nicht so recht klar. Dann sage ich, ja, das ist ihr Geld. Ja. Und ich habe ja dann durchaus auch mal, jetzt bei der älteren Kundschaft gehen und sagen, so und jetzt nehmen wir den Gewinn. Ja, du abbaust. Und dann absichern, investieren, PKI-Kauf machen oder abbauen, wirklich Kapitalverzehren in den guten Jahren, das Geld rausnehmen, für das, wenn es mal wieder eine Basse gibt, entweder hast du wieder Cash zum Investieren oder du verbrauchst das effektiv. Also das heisst einfach, was ich dann auch wieder merke, ist, jetzt gerade bei der älteren Kundschaft, ich glaube, das sind die heute Jüngeren, die wenigstens auch, sagen wir mal, wie dir als Blogger folgen, die eine andere Affinität anfangen aufzubauen zu diesem Thema. Aber jetzt gerade ältere Kunden haben das seltener. Das eine ist die Affinität aufbauen, weil sie sich informieren, respektive, ich meine, ich weiss es ja auch mit Social Media. Umso blöder, dass du auf Social Media, umso mehr, dass in die Leute schwemmen, irgendwann sehen sie dich halt einfach. Weisst du, weil du vom Algorithmus ausgespielt wirst. Das eine, die die früherigen Generationen nicht hatten. Genau. Das andere ist, es hat wirklich mittlerweile simple, einfache Möglichkeiten gegeben, dass du überhaupt investieren kannst. Also ich meine, du kannst eine App aufsetzen, nennen wir Findependent. Ja. Setz dich das auf digital, alles funktioniert digital, du musst rein, nichts unterschreiben, bla bla bla. Also ja, mit den Fingern. Und du kannst investieren. Und du bist wirklich aktiv an der Börse, also passiv aktiv an der Börse investiert. Das hat es früher halt einfach nicht gegeben. Und das aus deinem Hosen-Sack raus. Ich kann mich noch erinnern, wo Corinne Brecher da war, wo sie gesagt hat, sie hat ja mit 18 angefangen zu investieren. Sie müsse dann auf die Bank gehen. Und dann wirst du noch belächeln, so die 18-Jährige da, oder? Aber mit ihm das zusammen müssen machen, mit ihm zusammen müssen Aktien kaufen, jetzt machst du das aus dem Handy. Ich weiss noch, true story jetzt. Als ich Viag eröffnet habe, bin ich in den Philippinen am Strand gelegen. Und habe gesehen, hey Viag da, etwas Neues, oder? Ich nehme natürlich meine Arbeit als Blogger auch in den Ferien sehr, sehr ernst. Oder willst du dich einfach um dein Geld kümmern? Absolut. Wirklich so, wie aus dem Bilderbuch am Strand gelegen. Einfach so, was hast du da? Abgeladen, gemacht gehabt. Gut, okay, funktioniert. Zahlung drauf da. Also einen Transfer gemacht. Alles super einfach. Drei Tage später wieder am Strand oder Geld drauf gewesen. Du hast schon den ersten Tag Verlust gehabt. Das ist gleich mal ins Wien. Aber als ich nach Hause kam, von den Ferien, und du hast schon die ersten zwei Prozent drauf. So fucking geil, die Möglichkeit, die du heute hast. Und weisst, wenn du Corinne Brecher, was sie dir erzählt hat, das kenne ich. Ich bin damals, ich weiss gar nicht mehr, zwischen 16 oder 18 bin ich auf meine Bank gelaufen. Ich habe hier gelesen, es gibt Fonds. Ja. Und dann schaut mich der Bankberater an und sagt so, also, du weisst, was ein Fonds ist. Ich so, ja, ich habe mich ein bisschen informiert. Ich fände das spannend, ich möchte mal so etwas machen. Okay. Der musste zuerst selber mal schauen, oder? Ich meine, und dann hast du, was dir die Bank einfach anbietet. Ja. Also das ist dann noch der andere Punkt, oder? Ja, aber weisst du einfach so, du hast noch gar keine Chance. Und heute denke ich, ich habe mir das so, du musst dich eigentlich fast nicht darum kümmern, du musst es einmal aufsetzen. Ja. Und, und nachher umgehen. Und das ist ja das, was ich jetzt aber auch merke, halt auch, äh, viele von meinen Kunden, es gibt, es gibt, es gibt, es gibt, mal sind etwa 20 Prozent, die jetzt sagen, die das selbstständig machen und die anderen sagen eigentlich, Herr Gasper, ich bin völlig überfordert, können sie mich da unterstützen? Weil, eben, da kommt dann das Digitale aufs, aufs Alter trifft, auf die Affinität trifft, das ist ja, also, gell, es können auch 80-Jährige was machen, das ist überhaupt kein Thema. Aber, viele sagen, oh nein, dann muss ich noch das. Und, ja, wie geht denn das überhaupt? Und, was bedeutet das? Und, ich glaube auch da, als Finanzplaner, Berater, wo du, bei den Kunden an der Seite bist, ich sage, ich sage halt heute immer wieder, wir sind eigentlich fast wie ein Family Office. Ja. Grundsätzlich, der Kunde kommt zu mir, stellt, einfach irgendeine Frage im Zusammenhang mit Finanzen und sagt, also, weisst du, ich habe das Gefühl, wenn, bist du der, der am ehesten entweder selber eine Antwort geben kann, oder das Netzwerk dazu hat. Und, und so sehe ich eigentlich auch meinen Job an. Ja, weisst du, ich glaube, es ist in jungen Jahren wichtig, dass du dir etwas aufbaust, dass du das machst, oder? Und, aber gegen den Schluss, weisst du, wo wirklich schon viel Vermögen da ist, nicht darauf verzichten, schon nur einen Sparing Partner zu haben, der sich wirklich auskennt, um über diese Themen zu diskutieren, weil, ich komme jetzt wieder mit der Pensionskasse, Renten oder Kapital, das ist ein einmaliger Entscheid, den kannst du nicht retour machen, du kannst nicht, wenn du eine Rente bekommen hast, du kannst nicht sagen, du, ich wollte meine Küche umbauen, könnten du mir noch 30'000 Franken, nein, es ist vorbei, bist gelaufen, oder du jetzt Kapital genommen hast, ich fühle mich doch nicht so wohl, könnt ihr es wieder nehmen, mir eine Rente geben, funktioniert, ja, nicht. Und speziell mit Pensionskasse, Einkäufen und Zug, gibt es doch ein paar Stolpersteine, die ich muss sagen, hol dir einen Profi, du dir da, nicht leisten, du in einen Profi investieren, enträglich, ich glaube, das kann man gut sagen, es ist knapp, vielleicht 1% von deinem PK-Guthaben, wo du in eine Finanzplanung investierst, und dafür tust du mit mehr Informationen eine fundierte Entscheidung treffen, die dir auch ein gutes Gefühl gibt, wo du keine schlaflose Nächte hast. Plus, du weisst, wem kannst du anrufen, wer weiss ja, was ich gemacht habe. Wem hast du die Hose runtergelassen? Ja, genau. Und das ist wirklich ein Punkt, wo ich einfach merke, oder ich sage an dem Referat immer wieder, als ich damals meine Eltern beraten durfte, und auch heute ja dran bin, bei der ersten Beratung sagt mir meine Mutter am Schluss zwei Sachen, Gabor, das Erste war, Gabor, jetzt weiss endlich mal, was du genau machst. Weisst du das eigentlich genau, oder? Und das andere, und das ist eigentlich das Wichtige, ist, sie verstehen jetzt, was ihre Ausgangslage ist und was sie ausgesehen hat. Und diese Ruhe zu haben, weil, wir reden ja immer über, ja, du kannst die Finanzplanung optimieren, Geld einsparen, alles richtig. Ist ja in vielen Fällen eine Situation, aber, das Entscheidende ist doch schlussendlich am Ende des Tages, dass du sagst, okay, ich habe es überprüft, ich, ich kenne sozusagen meine Risiken, ich kenne meine Chancen, und ich kenne jetzt meine persönliche Ausgangslage. Und die ist halt vielfach nicht immer so, wie es in den Medien dargestellt wird. Und weisst du, was finde ich aber auch noch spannend, ist, sie schlafen nach denen ruhiger, und zwar egal, was du ihnen sagst, auch wenn du sagst, sie, Pension, da wird überhaupt kein Problem finanziell, oder wenn du sagst, sie, muss ich ihnen ehrlich sagen, mit 77 wird es eng. Sie schlafen in beiden Fällen besser, weil sie wissen, was sie erwartet, und wenn du sagst, mit 77 wird es eng, hat er ja immer noch die Chance, die Ausgaben runterzufahren. Und ich glaube, das ist mega wichtig, dass man sich die Ruhe gönnt. Du hast jetzt etwas, ja, du sprichst mir jetzt etwas an, ähm, eine Planung, die mir noch so im Kopf ist, ich habe einen Anwalt von x Jahren beraten, eben, ich bin einiges noch jünger gewesen, und habe dann, diese Planung, ja super, oder, Anwalt, viel Geld, hat irgendwie 250'000 verdient, und hat aber, glaube ich, etwa 280'000 ausgegeben, ein wenig Vermögen gehabt, aber macht einfach so. Und dann sitzt du so da, als jüngerer Finanzplaner, und denkst so, ja, was sage ich jetzt dem? Ich kann ja nicht sagen, sie, äh, was machen sie da? Aber irgendwann habe ich realisiert, ja, das ist ja meine Aufgabe. Meine Aufgabe ist immer, die Realität zu zeigen. Und das ist im Fall lustig, weisst du, was am Schluss gesagt, dann bin ich herregelt, also, zu zeigen. Dann sagt Herr Gaspar, endlich mal einer, der den Mut hat, mir zu sagen, was Sache ist. Aber, kann das auch, ähm, letztes Jahr gewesen, und zwar von einer, SMI-Firma, Nummer 3, in der, in der, in der Rangfolge. Ähm, verdient einen Arsch voll Geld, aber, ähm, dort hat er schon nur nochmal angefangen, mit den Unterlagen. Schlussendlich musste ich mit seiner Frau einen Zoom-Call vereinbaren, den ich auf dem Bildschirm drücken durfte, welche Unterlagen ich habe. Aber auch so einer war, dass du mir das mal gezeigt hast, dass ich das so nicht weitergehen kann. Das ist auch ein Kollege von mir, der hat bei der Berner Kantonalbank die Lehre gemacht und dann ist er zu der UBS und er war Berater für Interne. Frisch habe ich eine Lehre. Und er hat gesagt, Fabian, das kannst du dir nicht vorstellen. Der ist so eine 55-jährige Schnäuze, der einen Termin buchte bei dir für eine Beratung und du denkst so mit 20. Also, gemachte Sachen. Dann kommen sie. Und dann, wie kann ich ihnen helfen? Sie, ich bräuchte mal ein Budget. Ich verdiene so viel, ich habe nie etwas auf der Seite. Und dann fangst du mit dem Budget an. Ich meine, die Mitarbeiter beraten, die 300 Aufwärts verdient haben. Aber du fangst wieder mal beim Budget an. Das finde ich schon spannend. Und weisst du, ich habe dir auch schon erzählt, ein Coiffeuse mal beraten. 45 Jahre. Er hat 400'000 auf der Seite. Und ich sage sie so an und sage, ah, haben sie gerbt? Uh, du hast fast recht gebrochen. Ja, also weisst du, ich habe ja die Kommentare gesehen. Dann sagt sie so, nein, nein, das hätte sie gespart. Ich weiss heute noch nicht, wie sie das hergebracht hat. Und das glaube ich ihr wirklich. Schicken wir sie mal in den Podcast. Und dann erlebst du die, die sehr viel Geld verdienen. So wie du das vorher gesagt hast. Und dort hat es halt schon damit zu tun. Ich glaube, das ist ein Thema Erzeugung. Es ist ein Thema, wie man mit dem Geld umgeht. Oder eben geht man einfach mit dem Lohn, mit den Ausgaben mit. Oder sogar noch darüber hinaus. Und das ist das, was wir ja vorher jetzt gerade angesprochen haben. Ich habe wirklich das, dass ich habe, ich habe Kunden. Wir kommen jetzt wieder ein Pärchen in den Sinn, wo mir die Frau gesagt hat, so. Herr Gasper. Ich weiss nicht, wie mein Mann das hergebracht hat. Ich habe immer, wir haben immer alles machen können und wir haben trotzdem Geld auf die Seite gebracht. Ja. Und dort hat sich gesundheitlich die Situation verändert und so weiter. Und ich habe sozusagen wirklich die Rollen übernommen vom Mann. Also weisst du, dass der Finanzchef sozusagen innerhalb der Firma, äh, der Firma, der Kunden. Und ich habe immer gesagt, das, was ich jetzt da für sie machen kann, ist nur möglich, weil ihrem Mann vorgesorgt hat. Und wir können es nicht mehr wie wiederholen und versuchen, ein Beispiel aufzuzeigen. Aber am Ende des Tages können wir nicht, wir können ja nicht Gold zaubern. Jetzt fällt mir wirklich ein Spezialfall ein, welcher mir sehr ans Herz gegangen ist. Ähm, und das hat angefangen, 2021. Ich hatte einen Termin mit einer Frau, er spricht nur Englisch. Die Tochter ist extra noch mehr gekommen, oder? Ich habe die Beratung gemacht und die Ausgangssituation war, ihr Mann ist gestorben. Ähm, 55 Jahre alt und sie hat gesagt, ich muss ihr helfen, sie brauche mindestens 3600 Franken im Monat, damit sie über die Runde kommt. Und ich meine, wir wissen beide, 3600 Franken ist nichts. Aber die ist wirklich so am Verzweifeln gewesen, die hat einfach mit Heppklebfällen ihre Fixkosten decken können. Und dann, weißt du, sie hat nicht die Unterlagen im Voraus eingereicht. Oder sie hat das erste Mal beruhigen und runterbringen und so. Und dann hat sie mir gesagt, was sie alles haben muss. Unterlagen und so weiter. Dann hat sie mir Unterlagen eingereicht und ich habe dann das durchlesen. Hey, am Schluss ist herausgekommen, der Mann hat sie so gut abgesichert. 1,2 Millionen aus x verschiedenen Lebensversicherungen. Leistung aus der Pensionskasse, hatten dann auch noch gute Pensionskassen. Ähm, AHV. Immobilien in Südafrika hinten. Also, weißt du, so. Wirklich Geld herum gewesen. Und innerhalb von zwei Wochen habe ich noch die ersten 200'000 Franken aus einer Lebensversicherung organisieren können. Auf dem Konto. Ich meine, kannst du dir vorstellen, ich war nachher Gott. Also, weißt du, wirklich. Da ist mir recht drin. Eine Frau so verzweifelt. Ja. Ich brauche so wenig, um durchzukommen. Und nachher kannst du diese frohe Botschaft. Eigentlich bist du jetzt Millionärin. Da fliegst du, oder? Als Berater. Also, weißt du, ich habe... Zwei Sachen gehen mir durch den Kopf. Eine Kundin von mir, die hat mir mal so gesagt. Sinapa, du. Gabor. Weisst du, ich habe eigentlich das Gefühl, du gehörst zur Familie. Und dann schickst du mir wieder mal eine Rechnung und dann weisst du, es ist nicht so. Das ist nicht so. Aber das widerspiegelt ja so, wie du so drinnen bist. Und ich hatte eine Situation. Ich habe eine Kundin, die mich engagiert hat. Er sagte, es ist ja so. Mein Mann ist im Endstadium. Ich glaube, die Krebs ist jetzt das Thema gewesen. Und ich möchte verstehen, was ist, wenn er nicht mehr ist. Ja. Und ich so, ja klar, können wir anschauen. Wissen Sie, mein Umfeld kann das teilweise nicht verstehen. Ja, das ist mich jetzt da tot und so. Aber es ist weh. Ja, aber es kommt. Es kommt, oder? Und das Krasse ist dann für mich gewesen, dann bin ich zu denen nach Hause gekommen. Er ist auch da gewesen. Ich grüsste mich die zwei. Dann schaute er mich so an und sagte, ja gut, mich braucht es ja jetzt nicht. Weisst du? Und dann stehst du so da und denkst, was sagst du jetzt? Du kannst ja eh nichts gescheit sagen in einem Moment. Aber das sind einfach, das sind Sachen und Erlebnisse und nachher die Beratung auch, die dich irgendwo prägen. Das ist eigentlich doch eine Chance, wo du dem Menschen Ruhe kannst mitgeben. Ja. Im letzten Abschnitt, ihm könntest du sagen, es kommt gut. Ja. Rein finanziell, wenn du nicht mehr da bist, deine Frau hat nicht das Problem. Eine Frau oder jetzt der Mann. Sehr. Und das ist das, wo ich glaube schlussendlich ein Finanzplaner, wenn du den Finanzplaner leben willst, sage ich jetzt mal so, um ein wenig Werbung für diesen Beruf zu machen. Ja. Dann ist eigentlich genau das, was dir so viel gibt, weil eben du mit den Menschen leben, die du begleiten darfst, mit den Geschichten, die dahinter sind, mit all den Höchsten und Tiefsten, die du haben, unterwegs bist und ja, wie sie, wo es gesagt hat, du gehörst eigentlich zur Familie. Aber du kannst den Beruf nicht leben, wenn du auf Provision schaffst. Provision im Sinn von, wenn du etwas verkaufst, dann geht es nicht. Dann wird es, also, schau auch da, es gibt immer gute Berater, die, die genug Kunden haben und nicht müssen den Abschluss dazu, wenn man beim Einzelnen kommt. Das wird die überhaupt nicht, ausser Frage. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, es ist schlussendlich eine andere Art von Beratung, weil du gehst mit einem anderen Mindset her. Also, ich vergleiche es vielleicht mit dem, ich bin ja jetzt Teilhaber bei der ATG, also bei der Firma, die ich repräsentiere. Ich bin vorher schon, bevor ich Teilhaber war, sehr engagiert in der Firma. Seit ich aber eigenes Geld drin habe, schaue ich es einfach nochmal anders an. Skin in the game. Es ist einfach, es ist dein Geld, das du hast. Und das ist der Unterschied auch jetzt, wenn du eben wirklich herrsitzen kannst und einfach sagen, schau sie, ich werde zählt vom Honorar. Und dort haben viele, glaube ich, immer noch den Respekt davor, dem Kunden zu sagen, schau sie, ich koste so und so viel. Sind sie bereit? Und wenn der Kunde nicht bereit ist, mache ich nichts. Also, dann schaue ich nicht für ihn. Aber eben wegen Skin in the game, du bist jetzt in der Firma selber drin, oder? Und ich darf immer noch sagen den Kunden, ich verstehe dich, weil ich habe ein Geheim. Weisst du, ich verstehe, wie es ist, wenn du eine Rendite-Legenschaft kaufst. Ich weiss, wie es ist, wenn der Aktienkurs runterkommt. Ich bin selber investiert, ich habe alles durchlebt. Ich weiss, wenn die Finanzierung noch aufgegangen ist, solltest du vielleicht noch ein paar Tausend Franken für den Natar auf der Seite haben, wenn du die Wohnung kaufst. Also, ich kenne es, weil ich habe es nicht nur theoretisch, sondern auch praktisch. Hey, jetzt noch zwei Sachen, weil wir sind schon über eine Stunde dran. Echt jetzt? Es ist immer das Gleiche mit uns zwei. Jetzt kann ich mich einfach kein Printscreen auf LinkedIn laden, weisst du, Telefongespräuche. Aber zwei Sachen, die ich eigentlich neu einführen möchte. Das eine ist, das sind zwei Fragen. Ich weiss, ist das ganz neu? Das ist jetzt wirklich neu. Okay. Ich habe gedacht, mit dir komme ich ins Test. Super. Das eine ist, wie bist du persönlich investiert? Wenn du willst, Auskunft geben. Und diese Frage klaue ich übrigens aus dem Relay-Podcast. Dort ist die Frage immer, wie viel Prozent von deinem Vermögen ist in Bitcoin. Und ich frage jetzt einfach meine Gäste, wie bist du persönlich investiert? Ja. Und das Zweite wäre dann, hättest du eine Idee für den nächsten Gast? Oha. Muss aus der Finanzwelt sein. Oder etwas über Finanzen erzählen können. Okay. Also. Ja, ich bin investiert, selbstverständlich. Das eine der Staatengeben, wie wir jetzt gehört haben. Ja, genau. Und dort ist durchaus… Dass wir das auch mal auf Band haben. Aha. Investieren in eine eigene Firma ist ein Investment. A. B. Hat aber die grösste Rendite vor allem. Genau. Mit Dividenden etc. Ähm. Ja. Das ist ein Teil von meinem Vermögen. Und dann bin ich… Ich sage es jetzt mal so. Ich hatte früher noch das Gefühl, ich könne selber ein wenig börsen. Ja. Mache aber nicht. Also erstens mal, ich habe einfach keine Zeit. Ja. Das ist wirklich das Problem. Also respektive das ist das eine. Und das Zweite, es ist auch nicht meine Welt im Sinne von, ich tue jetzt einfach keine Zeit. Ich will ja nicht den Kunden beraten, dass er jetzt in Nestle oder in Roche oder in was auch immer investieren soll. Sondern meine Aufgabe ist ja die Holistische. Das ist auch mit unserer Aufgabe als Finanzplaner an dieser Stelle. Genau. Absolut wichtig. Ähm. Und ich bin… Ich habe verschiedene Gefäße, die ich fülle. Mit Sparplänen. Ähm. Bis und mit auch für die Junior. Ja. Und das sind Beträge bis… Also dritte Säule ist auch investiert. Ja. Ähm. Ich nutze da auch Partnergesellschaften von mir, weil ich auch nicht hergehe und sage, ich kann dir etwas empfehlen aus dem Herzen heraus und selber nicht drin sein. Ja. Ähm. Ist das deine Frage beantwortet? Ja. Okay. Ja. Das geht mir so durch den Kopf. Ja. Und jetzt äh. Das ist lustig. Die Frage. Weil damals, als ich den Benkeletalk gestartet habe, habe ich mir überlegt, der Gast soll mir dann sagen, wäre er als nächstes… Du kennst mich. Ja. Ich will mir einfach mein Leben wieder erlichtern und die Verantwortung für die Gäste einfach mit den Gästen abschieben. Logisch. Es geht. Ja. Also einerseits spontan gankt mir noch den Timo Deinesen durch den Kopf. Mhm. Ähm. Wo… Zugeberg Finanz AG. Zugeberg Finanz AG. Wo er mir auch Partner sind davon. Und ich als Mensch sehr schätze und selber auch jetzt schon über 22 Jahre dabei ist. Also Erfahrungsschatz hat. Ähm. Den fände ich jetzt noch spannend. Wenn du mich so fragst, ja. Den Timo. Ja. Timo Weinesen. Okay. Erwart meinen LinkedIn. Mein LinkedIn-Aufruf, Timo. Ähm. Wenn er sich… Ja, genau. Okay. Dann muss er ja entscheiden. Danke für deine Zeit. Ähm. Wieder einmal für den wertvolle Austausch mit dir. Schätze ich sehr. Ähm. Immer ein Freund. Dich dürfen da zu haben. Und dich auch Freunde nennen in meinem Leben. Ähm. Wenn wir uns zwei Mal live erleben wollen. Wir planen noch den einen oder anderen Finanzfreundin-Talk. Wunders. Als erstes nicht erfahren. Ist natürlich in meinem Newsletter. Wegen dem den abonnieren. Und ich hoffe, ihr habt ein paar Golden Nuggets aus dieser Episode. Ich wünsche euch noch einen ganz schönen Tag. Podcast. Äh, wie sagt man? Bewerten. Ah, ja genau. Weiterleiten an zwei Kollegen. Säbelchen. Wärtige Influencer. Und äh. Bis bald.